Ich bin überrascht, wie viele gekommen sind nach dem gestrigen Abend. Kann man mich gut verstehen? Ich bin ein bisschen heiser so durch die letzten Tage, aber alles super. Ja, zwei Jahre Plug-in-Support. Darüber möchte ich sprechen. Ich werde keine Anleitung geben, wie man Plug-in-Support macht, sondern einfach erzählen, was ich die letzten zwei Jahre erlebt habe. Ich habe eben vor zwei Jahren angefangen, ein Primum-Plug-in zu entwickeln und zu veröffentlichen Advanced Ads für Anzeigenmanagement in WordPress und war mir von Anfang an bewusst, dass ein großer Teil der Arbeit darin besteht, Support zu geben irgendwann. Wenn der Code fertig ist, alle Bugs behoben sind, dann ist das ein großer Teil. Das hat sich auch bewahrheitet und aus diesen zwei Jahren möchte ich gerne ein bisschen erzählen. Okay, Vorschuss-Law werden, machen es nicht leichter. Ja, ganz kurz, keine Wikipedia-Definition, aber was verstehe ich eigentlich unter Support? Für mich ist Support eigentlich alles, was dem Nutzer hilft, mein Produkt für sich hilfreich einzusetzen. Das heißt, es ist nicht nur das, was viele vielleicht auch schon kennen, so ein E-Mail-Support, ich schicke irgendwo eine Nachricht hin und bekomme eine Nachricht zurück, sondern es ist eben auch zum Beispiel jedes Feature. Jedes Feature kann Support nach sich ziehen, also muss ich mir manchmal überlegen, ob ich ein Feature wirklich einbaue. Ein Label, je nachdem, wie ich ein Label nenne, wie gut ein Nutzer das versteht, das beeinflusst sehr stark, wie viel Support-Aufwand nachher in den Nachrichten ist. Also Support ist für mich etwas ein bisschen Größeres als nur so E-Mail-Support, aber ich werde natürlich größtenteils auf Nachrichten, die ich so mit Nutzern mir auch mal hin- und herschicke, eingehen. Wenn es um Support geht, habe ich zwei Prämissen. Einerseits möchte ich Anfragen vermeiden und andererseits möchte ich die Nutzer ermuntern, Anfragen zu stellen. Was heißt das? Ich möchte versuchen, alle Anfragen, alle natürlich Probleme, Verständnisfragen irgendwie für den Nutzer an der Stelle zu klären, wo er sie gerade hat und vermeiden, dass er mir schreiben muss. Also eine Dokumentation zum Beispiel. Oder wie ich schon meine, ein guterklärendes, selbsterklärendes Label. Das ist alles, das vermeidet alles ein Support-Aufkommen. Auf der anderen Seite, wenn jemand dann aber eine Frage hat, ein Problem hat, dann soll er mich möglichst einfach erreichen. Das gehe ich jetzt noch ein. Also das eine ist Anfragen vermeiden, habe ich schon gesagt, Dokumentation. Die ist sehr ausführlich geworden in den letzten zwei Jahren. Dann FAQs. Nicht nur haben, sondern auch verlinken. Ich habe bis vor einer Weile eine FAQ-Seite gehabt und eine Kontaktseite und mittlerweile sind die FAQs auf der Kontaktseite. Und das hat auch nochmal geholfen, weil die Leute ja immer erst den Kontakt suchen, manchmal die Anfragen zu verringern. Weil die Leute quasi, da war der Kontakt und da drunter, falls du aber diese Fragen hast, dann guck doch da erstmal nach. Und ja. Feature-Requests, das ist so ein schönes Thema. Umgang mit Feature-Requests, da kann ich später noch was sagen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Feature-Requests öffentlich zu sammeln. Also dass die Nutzer sie mir nicht schicken, sondern dass ich eine Seite habe, wo Nutzer selbst Feature-Requests eintragen können und andere Nutzer können abstimmen dafür. Das hat bei mir fast alle Nachrichten, was Feature-Requests angeht, minimiert. Ich habe auch zum Beispiel auf WordPress.org gibt es die kostenfreie Version. Da gibt es einen Sticky-Post, der auch heißt Feature-Requests. Also weil dort kamen häufig dann die Feature-Requests. Da steht der Link dann auch drin. Und seitdem muss ich seltener Nein sagen. Nein sagen ist auch ein Thema, da gehe ich auch nochmal gerne drauf ein. Aber das ist schön, wenn man solche Nachrichten sammeln kann. Und vor allen Dingen hilft es zu sehen, welche Prioritäten die Nutzer dann haben. Es gibt da Feature-Requests, die sind irgendwie für die Nutzer, für den Einzelnutzer wichtig, aber für andere nicht. Und so eine Voting-Seite hilft es ganz gut zu kanalisieren. Und es hilft auch, Nein zu sagen. Also wenn ein Nutzer sieht, ich habe den Feature-Wunsch und deshalb auf der Request-Seite auf Platz 40, dann sieht er wahrscheinlich auch ein, dass er der Einzige ist mit so einem Request. Wie gesagt, das sind aber alles Sachen, wo ich schon gar nicht mehr E-Mails bekomme. Ja, auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, ich möchte gerne, dass die Leute Kontakt aufnehmen. Und ich habe mich da für eine Strategie entschieden, einfach sehr viel Persönlichkeit reinzubringen. Überall findet ihr mein Bild zum Beispiel. Das ist das Widget, was auf der Plug-in-Seite selbst ist. Das Bild gibt es natürlich auf WordPress.org. Wenn ich antworte oder irgendwo hinschreibe, gibt es eine Anrede. Es gibt meinen Namen drunter, ein Gruß von Thomas, ja, auch eben auf WordPress.org. Ich denke, das hat sich bestätigt in den letzten Jahren, dass die Nutzer dann das Gefühl haben, da ist wirklich ein Mensch, da ist nicht irgendwie eine Firma. Ich weiß nicht, in welches Callcenter das jetzt geht oder so. Und dass sie dadurch auch ihre Erfahrungen teilen, auch mal ein positives Feedback teilen. Und natürlich meine Hoffnung ist, dass ich dadurch häufiger Fehler aufspüren kann. Ja, also ein Nutzer, der das Gefühl hat, er kann mich kontaktieren über einen Fehler, der macht das vielleicht häufiger, als dass er zu einem anderen Produkt zum Beispiel wechselt. Ja, dann habe ich in den letzten zwei Jahren sehr viel über Nutzer gelernt. Ich habe vorher ja auch viele Plug-ins genutzt. Ich war viele Jahre selbstständiger Entwickler. Und der Hauptort, wo ich diese Plug-ins runtergeladen habe, war WordPress.org. Und dann liest man sich ja manchmal so die Reviews durch und das Support-Forum. Und wenn man dann überlegt, ein Plug-in zu bauen und da zu veröffentlichen, und ich hatte auch schon ein paar freie Plug-ins dort, dann denkt man, oh Gott, also was tue ich mir da an? Ja, es ist, man findet ja auch ab und zu mal nicht sehr respektvolle Kommentare. Meine Erfahrung ist mittlerweile aber doch, dass die Nutzer sehr dankbar sind. Also, dass man als, wenn man Support gibt, auch beeinflussen kann, wie so die Atmosphäre in so einem Forum ist. Und da ich doch eben auf WordPress.org auch über einen Live-Chat auf der Seite, über E-Mail-Support antworte, auch zeige ich nachher, versuche sehr, mich sehr in die Probleme einzudenken und einzufühlen, merke ich, dass so ein Feedback auch zurückkommt, dass die Nutzer dankbar sind. Also, macht sich zum Beispiel in den Reviews auf WordPress.org deutlich, also ich bin sehr stolz auf meine 4.8 und die meisten heben den Support hervor. Also, da hatte ich mehr Angst, als es vielleicht berechtigt war. Was ich auch gelernt habe, ist, dass Nutzer wirklich die Dokumentation lesen. Also, es gibt immer mal wieder so Zeiten, da gibt es, oder gab es, muss ich sagen, mittlerweile, Anfragen sehr häufig. Ja, wie mache ich das? Wie erstelle ich die erste Anzeige zum Beispiel? Oder wie kann ich eine Anzeigenrotation erstellen? Und sobald ich dazu in der Dokumentation eine Seite geschrieben habe und sie am besten auch in der FAQ-Seite verlinkt habe, hört es fast vollständig auf. Also, ich muss wirklich sagen, die Nutzer sind, wissen wahrscheinlich auch, dass, wenn sie eine Anfrage erst mal stellen, dann müssen sie auf die Antwort warten und wenn man sitzt und möchte es endlich fertig machen, dann guckt man doch lieber nochmal in die Doku, ob da die Lösung ist, damit man gleich weiterkommt. Und das machen sie. Und was ich auch merke ist, es ist schon so, dass die meisten Nutzer natürlich kein Entwickler sind. Aber sie geben sich alle Mühe, wenn man ihnen eine richtige Anleitung schickt, zum Beispiel so einen Debuglog zu bekommen. Debug kann man ja aktivieren, man kann Debuglog aktivieren, um eben zum Beispiel PHP-Fehler aufzuspüren. Und wenn ich das wirklich brauche, dann schicke ich den Nutzern einen Link, wie sie das machen können und das ist dann nie ein Problem. Dann kriege ich das eben auch von einfachen Redakteuren zurück, die dann der Anleitung gefolgt sind und das machen. Also, da muss ich sagen, wenn man Leuten erklärt, wie was geht, dann helfen sie euch auch gerne, indem sie sich eben durch solche Sachen wurschteln. Ja, wo ich auch anfangs Überlegungen hatte, man hat ja diese ganzen, also jetzt größeren Firmen schon, die groß Plug-ins und Teams verkaufen, die alle sagen 24-7-Support, ja, rund um die Uhr, so, wir schlafen nicht. Also, klar, die haben es etwas anders geregelt, aber da muss ich sagen, auch das, damit habe ich kein Problem. Also, ich habe relativ normale Arbeitszeiten, ich muss essen, ich muss schlafen, manchmal mache ich auch Urlaub und Wochenende. Und da hatte ich nie ein Problem, also, dass ich gemerkt habe, irgendwo die Leute erwarten von mir, dass ich sofort antworte. Es ist sogar manchmal, also eher so, dass nach einem halben oder dreiviertel Tag, wenn ich dann antworte, dass es dann trotzdem nochmal, oh, danke für die schnelle Antwort zurückkommt. Und ich denke, es liegt auch an einer Sache, die ich gemacht habe, das ist auch ein Widget von mir auf der Seite. Das ist ein anderes Widget für die, die nicht Deutsch sprechen, also ich habe da zwei verschiedene Versionen. Aber das Made in Germany ist immer da, was den Leuten eben auch sagt, die meisten Kunden sind eben aus den USA, Leuten sagt, Mensch, eigentlich war es als Qualitätssiegel gedacht, aber eben auch sagt, Mensch, der ist in einer anderen Zeitzone, ich rechne einfach damit, dass das ein bisschen später kommt. Sagt dem einen oder anderen vielleicht auch, Mensch, ich gucke doch nochmal in die Dokumentation, weil es kann ja länger dauern. Aber ich gehe sehr offen damit um. Also ich bin da, wo ich bin, ich muss schlafen, ich habe Urlaub nicht so oft, aber heute Morgen habe ich schon die Support-Cue abgearbeitet. Ja, na gut, und die Deutschen, die wissen natürlich dann eindeutig, okay, der ist in meiner Zeitzone und so. Das ist, ja, auch ganz gut. Ja, kommen wir so zu Nachrichten, die mir Nutzer schreiben. Ich gehe grundsätzlich an jede Nachricht so ran, dass ich mir überlege, was steckt da jetzt hinter. Nicht einfach nur, was will der jetzt wissen, sondern was kann ich noch optimieren, damit er diese Nachricht zum Beispiel gar nicht mehr schreibt. Was habe ich falsch gemacht? Wo müsste ich in der Doku noch einen Link machen und so? Also das ist meine Grundprämisse, wenn ich eine neue Anfrage bekomme. Dann hatte ich bei, ich habe eigentlich Kommunikationswissenschaften studiert, dort früh im Studium schon ein Modell kennengelernt, was ich jetzt auch anwende, wenn ich Nachrichten lese. Das ist ein Modell der vier Seiten einer Nachricht. Da gibt es die Aspekte, also man geht davon aus, dass eine Nachricht vier Aspekte hat. Das ist einmal der Sachaspekt. Also, ich habe das Plugin installiert und sehe einen weißen Bildschirm. Das ist erstmal die Sachinformation. Dann steckt hinter dieser Nachricht eine Selbstoffenbarung. Das ist das, was der Nutzer über sich selbst sagt. Ich sehe einen weißen Screen, Hilfe, ich bin überfordert. Dann gibt es den Beziehungsaspekt. Was denkt er über mich? Also du hast das Ding gebaut, jetzt kümmere dich mal drum. Du musst das doch wissen. Du bist vielleicht intelligenter als ich oder du bist verantwortlich dafür. Und dann gibt es den Appell, mach es heil. Oder schick mir die Informationen, wie ich es machen kann. Und das ist auch so etwas, wo ich, also manchmal bekommen wir ja Nachrichten, die etwas kryptisch sind, wo ich so in Gedanken natürlich nicht sehr intensiv und ausführlich, schreibe da kein Paper drüber, aber die einzelnen Schritte durchgehe und überlege, okay, jetzt, wie geht es dem vielleicht gerade? Ja, ist er aufgebracht? Dann ist es vielleicht gut, als Antwort auch so ein bisschen darauf einzugehen. Tut mir leid, dass du jetzt diese Probleme hast, dass du so viel Zeit investiert hast, jetzt bin ich da. Das ist viel wichtiger als manchmal die Sachinformation. Und genau das ist es, also, was ich, ja, auch bei anderen gemerkt habe und mir lange überlegt habe, wie ich antworte, ist, dass viele auf Support-Anfragen mit Argumenten antworten. Das heißt, also, ich zeige da gleich noch ein Beispiel, da ist irgendwas kaputt und dann wird zum Beispiel so etwas gesagt wie, ja, aber ich habe es nicht gemacht oder ja, aber du hast das gemacht. Wichtiger ist natürlich, wo ist die Lösung? Also, ein Problem ist erstmal da, da muss man nicht lange rumdiskutieren, warum es da ist. Da kann man technisch versuchen, das vielleicht in der Zukunft zu verhindern. Aber ich versuche immer zu überlegen, okay, was ist für den User der nächste Schritt, damit wir zu einer Lösung kommen, ohne ihm lange zu erklären, warum das jetzt irgendwie gerade passiert ist. Und da habe ich ein Beispiel genommen für einen, es ist ein Wettbewerber, weil ich habe hoffentlich kein solches Beispiel bei mir im Support. Er hat sich ein Nutzer, ja, ein Nutzer meinte einfach nur, dass die Anzeigenstatistik nicht funktioniert, wenn er Cache installiert hat. Ja, und die Antwort war, dann nutzt das nicht. Also, dann nutzt die Statistik nicht. Und dann die Erklärung ist, die Statistik funktioniert eigentlich ganz super, aber eben Caching-Plugins und Crap like that, die machen das kaputt. Ja, also, keine Lösung da. Und was ich hier viel, viel schlimmer finde, ist, dass dem Nutzer suggeriert wird, er hat es kaputt gemacht. Er hat sich für eine Kombination entschieden, die macht das kaputt. und hat jetzt eben Pech. Und das versuche ich irgendwie zu vermeiden, indem ich, ja, also, den Nutzer eben nicht einfach bloßstelle, gerade nicht in so einem öffentlichen Forum, das ist hier von WordPress.org, sondern eben gucke, okay, wie kann ihm geholfen werden, wie kann er sich vor allen Dingen besser fühlen. Ja, und da habe ich ein Beispiel aus meinem E-Mail-Support mal genommen. Ja, das könnt ihr kurz lesen. Geht grundsätzlich darum, dass was für die Nutzer nicht funktionierte in der Pro-Version und er gleich mit einem Dispute bei Paypal droht, um sein Geld zurückzubekommen. Ich sehe einige lächeln, also das ist wohl bekannt. Und das ist meine Antwort. Und, ja, ich versuche eigentlich erst mal, den Druck rauszunehmen. Und trotzdem noch was für mich zu gewinnen, nämlich die Erkenntnis, woran es vielleicht liegt. Und ich habe ihm einfach, ohne irgendwie noch zu diskutieren, wie gesagt, keine Argumente, den Refund gesendet, einfach den Druck aus der Situation zu nehmen. Und dann habe ich das bekommen. Also er hat sich dann entschuldigt, dass auf seiner Seite vieles nicht in Ordnung ist, also dass es gar nicht mal an meinem Plug-in liegen muss. Ja, und er lobt mich sogar noch für meine Arbeit. Und das sind Sachen, das geht jetzt, wenn ich das so erzähle, alles sehr schnell. Aber erst mal sitzt man da, man ist ja auch Mensch, und dadurch, dass ich das überall personalisiere, steht auch häufig mein Name drin, fühlt man sich angesprochen. Dann denkt man, okay, jetzt, was habe ich da falsch gemacht? Ja, das belastet einen auch. Aber ich habe eben gemerkt, auch solche Nachrichten, also wenn man auf diese, wenn man versucht, sich in den anderen einzufühlen, dann entspannt sich das. Und ich erhalte dann wirklich sehr viel positives Feedback. Ja, da möchte ich mal wissen, was ihr darauf antworten würdet. Ideen? Ja, klar. Das ist also, da gibt es jetzt keine ganz richtige Antwort. Kann ich auch keine Empfehlung geben. Also einfach mal ein Beispiel, was so passieren kann. Welche Betriebe ist denn bei den meisten Bundle freistellig? Ja, die meisten, also ich habe sechs Premium-Erweiterungen, die von 9 bis 29 Dollar sind, und dann gibt es ein Bundle für 69 Dollar, für eine Single-Site, und dann kann man mehrere Seiten Mietzentrum-Docker werden. Ja, ja, also in Vietnam vielleicht ein bisschen ein Auto schon, oder? Nein, also ich will gar nicht über die Situation lästern, natürlich, es gibt Leute, die sich das nicht leisten können, und was ich hier einfach sagen will, ist, man kann diese vier Seiten analysieren, ich kann feststellen, okay, er möchte eine Seite aufbauen, er hat das Geld nicht, das verstehe ich, ist in einer komischen Situation, weil er es trotzdem nutzen möchte, ich kann mich noch so emotional einfühlen, aber was soll ich jetzt tun? Ich habe die Möglichkeit eben, einen Discount zu geben, das Problem ist, ich schaffe damit einen Präzedenzfall, also wenn ich Ja sage, dann muss ich zu jedem Ja sagen, auch wenn es niemand anderes liest, ja, aber irgendwo muss man auch, also man kann nicht mit jeder so eine Anfrage erstmal von neuem anfangen darüber nachzudenken, oder ich gebe eben keinen Discount. Was, also ich gebe grundsätzlich keinen, außer es gibt schon irgendwo einen Discount-Code auf irgendeiner Seite, ja, im Moment gibt es da keinen, aber wenn es doch mal, manchmal schreibt jemand über das Plugin und kriegt dann auch einen Discount-Code von mir und dann schicke ich mal so den Hinweis so auf die Seite, guck doch mal, guck doch mal da, ja, aber ansonsten, ich habe eher schlechte Erfahrungen gemacht mit mit Leuten, die ja als erste Nachricht gleich nach einem Discount fragen, ich weiß nicht warum, aber das sind erfahrungsgemäß die Nutzer, die am meisten Support benötigen, am meisten an die Hand genommen werden müssen und auch Support als ja, als etwas Selbstverständliches verstehen ist falsch, es ist, ich finde es selbstverständlich, ich finde es wichtig, aber irgendwo die, nicht die Grenzen so richtig auch von deiner, also von dir persönlich, ja, was du auch aufnehmen kannst, respektieren können. Ich weiß nicht woran das liegt, ja, vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen, vielleicht habt ihr da eine Idee. Bitte? Mit Kunden, ja. Ja, natürlich, vieles kann man auch auf Kunden beziehen. Ja, das kam heute Morgen, ja, erst mal, also ich schrei das jetzt nicht so, das kam genau so, I cannot make your app work, please help. Und dann war, okay, das ist so allgemein, ja, was willst du dann eigentlich machen? Ads. So, das ging so ein bisschen weiter, ja, so, ich frage, mache mir Gedanken so, versuche mich einzufühlen, was kommt da? Und dann immer so einfach. Und dann kam die Frage, also, das ist, eins zu eins reinkopiert, can you do it? Also, ne, kannst du das für mich machen? Ja, weil, also die Frage ist, ist dankbar in solcher Kommunikation, weil, dann schicke ich meine Preisliste. Und dann war die Kommunikation zu Ende. Ja, weil klar, wenn ich, also, wenn ich jetzt jemanden, für jemanden einrichte, das ist ein Service, ähm, der kostet Geld und dann, ähm, ist das Thema erledigt. Das ist ein, ein sehr einfaches Nein. Ja, also ich mache es, also ich richte Sachen auch für Kunden ein, wenn sie es wollen, aber, es gibt ja schon so Sachen da, also Kommunikation, da merkt man, dass, äh, da gibt dann nichts mehr zu gekockt. Das ist geil, das ist so, das habe ich auch vor zwei Tagen bekommen. Ähm, ähm, also ich will niemanden, also, wer jetzt nicht weiß, wo hier das Problem steckt, äh, äh, also das ist, äh, ich hatte auch mit anderen darüber diskutiert, das kann man auch irgendwie lösen, aber Millimeter ist irgendwie nicht so, so, ja, gut, ähm, kommen wir zum Helpdesk-Setup. Ich, ähm, bin mittlerweile bei HelpScout, das aber erst seit diesem Jahr. Ich habe, äh, angefangen mit einem ganz einfachen E-Mail-Support. Also, anfangs wusste ich ja noch nicht, wird das Projekt groß, äh, ist da überhaupt Interesse und dann habe ich einfach überall meine E-Mail hingepackt. Funktioniert auch super, kann ich eigentlich, ähm, ähm, also empfehlen, bevor man jetzt irgendwie ein kompliziertes Helpdesk-Setup einrichtet, nur, man sollte doch nicht so wie ich den Fehler machen, dass man seine, seine persönliche, also nicht private, aber irgendwie direkte E-Mail-Adresse rangeibt, sondern vielleicht eine eigene Support-Adresse einrichten, ja, also statt thomasmeyer at webgilde.com gleich support at wpadvancedads.com Das ist der einzige Tipp, den ich da für den Fall mitgeben würde. Dann, als ich gemerkt habe, das Projekt funktioniert, es entwickelt sich, äh, und, äh, ich werde da längerfristig bei bleiben, habe ich ein Redmine genommen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Bug-Tracker, was man dem auch ein bisschen aufbohren kann, äh, hat man den Vorteil, dass schon die einzelnen Nachrichten in so, auf einer Seite sind, einzelnen Thread, dass man sich Notizen machen kann, dass man vielleicht auch über einen anderen das schon rüberschieben kann, ähm, das war nun, hatte nicht, ähm, war nicht sehr schön vom Layout her, und es war vor allem nicht in den Shop integriert, und ich bin jetzt seit ein paar Monaten bei HelpScout, und das ist toll, äh, ich kriege da keine Provision für, ähm, weil man eben durch verschiedene Zusatzerweiterungen dort, das auch mit dem Plug-In-Shop, ich habe einen Easy Digital Download Shop, auf WordPress-Basis, ähm, dass man sich, dass man gleich sieht, was hat der Nutzer gekauft, ja, und manche Anfragen lassen das nicht so, also beinhalten nicht unbedingt, was der Nutzer jetzt eigentlich, also mit welcher Software er das Problem hat, dann sieht man gleich, okay, was hat er gekauft, ich sehe dort die Lizenzschlüssel, wenn Leute eben anfragen, wo ist mein Lizenzschlüssel, ich habe die E-Mail nicht bekommen, kann die, äh, die Bestellbestätigung noch einmal senden, auch das passiert, dass sie nicht beim ersten Mal ankommt, das, ähm, hat mir viele, also viele, die Kleinkram so erleichtert, dann ist es, ich finde es ein sehr schönes Layout bei HelpScout, sehr übersichtlich, man kann, ähm, Tags einrichten, Workflows einrichten, ähm, ja, auch anderen natürlich ganz einfach dann, äh, Tickets rüberschieben, ich habe mittlerweile noch zwei Leute, die mich unterstützen im Support, also, neben Sendesk, was auch ein großer Player ist, würde ich sagen, HelpScout ist, glaube ich, in der WordPress-Szene das System, was am meisten verwendet wird, also, ich weiß zumindest bei Easy Digital Downloads selbst und bei Yoast, dass sie das verwenden. Ich habe mich auch anfangs mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich ein Forum mache, habe mich dann leiten lassen von einem Beitrag, den der Yoast selbst auch vor vielen Jahren mal geschrieben hat, die sind ja selbst auch weg von einem Forum zu einem, zu einer reinen E-Mail-Lösung und die Gründe für mich auch mittlerweile sind, also, warum ich nicht jetzt doch nochmal anfange, ein Forum zu machen, erst mal, auch in einem Forum bist du allein, also, du musst schon eine große Gruppe haben, dass plötzlich normale Nutzer anfangen, im Forum für dich den Support zu geben, also, wenn das funktionieren würde, dann hätte ich auf WordPress.org auch nichts zu tun, weil dann würden ja andere reinkommen und wenn das schon dort nicht funktioniert, dann wird das in meinem eigenen Forum auch nicht funktionieren. Dann habe ich keine Lust, jeden Beitrag zu moderieren. Es werden ja auch Log-in-Daten verschickt, es werden auch sehr individuelle Probleme verschickt und ich möchte nicht bei jedem Beitrag sagen, oh, das ist jetzt privat, das nicht, den Aufwand möchte ich mir nicht machen und dann habe ich auch gesagt, ich versuche ja, sich wiederholende Anfragen irgendwie zu vermeiden. Also, ein Forum macht Sinn, wenn dort Probleme sind, die viele haben könnten und wenn ich aber mal gucke, was so reinkommt an Anfragen, dann gibt es entweder da schon Manual oder Tutorial oder es sind so individuelle Sachen, da bringt es niemandem was, das öffentlich zu haben. Ja, zum Arbeitsaufwand. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass ich wusste, wenn ich so ein Plug-in mache, dass Support wichtig ist. Also, das soll man auch nicht unterschätzen. Mittlerweile ist die Hälfte der Zeit, die ich verwende, mindestens eben, also für das Plug-in geht im Support drauf, war ich nicht negativ. Deswegen kann ich jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, sowas zu machen und vielleicht noch allein ist, ja, eben sich bewusst zu machen, ob er das möchte. Ich habe Beispiele gezeigt, dass man am besten sich in den Nutzer einfühlen muss. Es ist auch gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit anderen, also Support bekommen von anderen und ja, viele Probleme auch schon mal erlebt hat, vielleicht als Freelancer. Aber wenn man keinen Bock auf Leute hat, dann sollte man so ein Produkt nicht machen, weil Support ist immer ein wichtiger, großer Teil. Und damit zusammenhängt auch, ja, es ist eben, man hat mit Menschen zu tun und ich betrachte mich auch als jemand, der, wenn er eben so eine Nachricht bekommt, selbst sowas Offensichtliches wie das Discount Me, I'm a Student, der macht, also ich mache mir trotzdem erstmal Gedanken. und es lässt einen auch nicht los, wenn man den Computer dann mal zumacht und ich persönlich habe mir angewöhnt, irgendwie lieber morgens die Support-Cue abzuarbeiten und in den Nachmittag dann weniger mich ranzusetzen und am Abend auch nicht mehr nochmal schnell meine Support-Nachrichten zu lesen, weil sonst nimmt mich das zu sehr mit. Also ihr müsst auch auf euch selber aufpassen, so Mental Health, ja, das Support ist eben nicht, also man hat nicht so eine abgrenzte Arbeitsumgebung, wo man nur mit Quellcode zu tun hat, der sich nicht ärgert und der sich nicht zurückschießt. Ja, vielleicht ist es auch sinnvoll, sich bei so einem Projekt, wenn man das vorhat, gleich jemanden zu suchen, der vielleicht den Support übernimmt, dass man, wenn das selbst nicht liegt, sich darauf konzentriert. Und dazu auch noch wichtig, also Support kommt von Tag 1. Es braucht immer so ein bisschen, bis die ersten Leute vielleicht so, gerade wenn man so ein Premium-Modell hat, sich für die Premium-Version entscheiden, aber die ersten, die Fragen kommen von Tag 1. Und da muss man sich eben auch überlegen, kann ich es mir finanziell leisten? Kann ich mir den Arbeitsaufwand für Support leisten? Ja, und was sind so Folgen von Support? Also klar, ich helfe den Nutzern, ich löse die Probleme. Wenn ich guten Support gebe und das aber zum Beispiel in positiven Reviews auf WordPress.org sich widerspiegelt, dann habe ich gleich wieder mehr Downloads. Mehr Leute, die auch sehen, wie ich Support leiste, also wie persönlich ich bin und ich merke extrem, wie die Leute dann eben doch, also die meisten Supportanfragen sind sogar so positiv, so I love your Plugin und was auch immer. Und ich denke, das ist, weil die Leute sehen, öffentlich sehen, ja, dass der Support da ist und ihnen hilft. Das schafft also gleich eine Atmosphäre, die irgendwie viel freundlicher ist. Und das führt natürlich auch, wenn man Premium Plugin hat, zu mehr Verkäufen, da bin ich mir sicher. Es gibt viele, das sehe ich an Leuten, die mich im Support kontaktiert haben, wegen der Frage in der kostenfreien Version, die ich unbegrenzt supporte, also da gibt es keinen, ihr müsst erst eine Lizenz kaufen oder so, die dann eben konvertieren zu einem langfristigen, treuen Kunden, also wenn man das bei zwei Jahren schon sagen kann. Ja, bei mir, wie geht es weiter im Support? Ich habe ja schon erwähnt, ich versuche langsam mal Supportaufgaben abzugeben, weil das Ganze alles gut wächst. Ich baue jetzt ein Team auf und was mir wichtig ist, wo ich denke, dass nicht nur ich im Support von profitieren kann, sondern vielleicht auch andere, ist, dass ich gerne mit anderen Plugin-Entwicklern und Team-Entwicklern, wo sich das so ein bisschen deckt, zusammenarbeiten möchte. Also ich habe gerade bei Teams sehr viele Anfragen, also dass mir die Leute richtig schreiben, ich benutze das und das Team, funktioniert aber nicht, wo ich denke, dass wenn man mehr kooperieren würde, das gemeinsam lösen könnte. Ja, ich werde auch immer gefragt, Mensch, kannst du ein Team empfehlen? Nicht immer, aber das kommt recht häufig vor, kannst du ein Team empfehlen, was funktioniert für Anzeigen? Wäre schön, wenn ich was empfehlen kann und es wäre schön, wenn eben andere dann auch hoffentlich meine Anzeigenlösung empfehlen, wenn sie gefragt werden nach, ja, nach einer Lösung. Also wenn ihr da in dem Bereich arbeitet, dann kontaktiert mich gerne. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit, ihr könnt mich in meinem Helpdesk kontaktieren, über support.wp-advanced.com und ich würde mich freuen, wenn nicht nur Fragen sind, sondern der eine oder andere vielleicht auch mal eine Erfahrung aus dem Support Lust hat zu teilen mit den anderen. Vielen Dank erstmal. So eine Aufgabe am frühen Morgen. Ja, bitte. Super, super Frage, weil hat extrem geholfen. Also ich hatte auch da, oh, Entschuldigung, ja. Also inwieweit ich Erfahrung habe mit Videos. Und ich habe eine Weile regelmäßig Anfragen bekommen, Mensch, gibt es nicht irgendwie eine Video-Hilfe? Da hatte ich schon super viel Dokumentation geschrieben. Und da habe ich angefangen mit Videos. Auch total simpel, ja. Ich nehme mittlerweile den Quick Player von Mac. Damit kann man eben Screencasts machen, spreche das selber ein und zeige einfach nur, also nennt sich dann so zum Beispiel, wie erstelle ich die erste Anzeige und zeige das einfach nur, wo ich klicke. Kommt extrem gut an. Also, da habe ich noch eigentlich zu wenig gemacht. Also ich müsste noch viel mehr machen. Ich will die demnächst auch gezielt im Plugin einbinden. Also dass man auf den Link klickt im Plugin und dann wird das Video angezeigt, wo man es braucht. Also, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, muss man auch nicht sagen, oh, ich muss da jemanden engagieren, der mir das macht, sondern die Nutzer sind dankbar, wenn da einfach nur irgendwas zu sehen ist und es funktioniert, ja. Ja. Ja, also die Frage war, ob ich viele vorgefertigte Nachrichten habe. Also, HelpScout hat eine Funktion für so eine Reply, also so Auto, ich habe hier gesagt, man hat Entwürfe, so recycelbare Antworten. Da nutze ich einige für Anfragen, die wiederkommen, die sich auch nicht anders manchmal vermeiden lassen. Und was ich aber dann auch mache, ist, wenn die Antwort irgendwo in der Dokumentation ist, schicke ich immer den Link. Ich schicke nie, also ich kopie und paste nie aus der Dokumentation. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute dann auch nicht wiederkommen. Und ich hoffe nicht, weil sie denken, ich bin unfreundlich, sondern ich hoffe, weil sie dann sehen, ach, da ist ja eine Dokumentation. Da wird ja meine Frage beantwortet. Ja. Also, ich habe grundsätzlich auch bei meinen freien Plugins, wo kein Premium-Modell noch hintersteckt, keine positiven Erfahrungen mit Spenden. Also auch keine negativen, aber es kommen einfach keine. Also ich halte es nicht für ein Business-Modell. Ich halte es auch nicht mal da geeignet, um ein Bier zu bezahlen, so nach dem Motto. Also ich würde nicht darauf bauen, dass Leute spenden. Es kommt vor, auch bei Advanced Ads, selbst als es dann schon ein Premium-Modell gab. Aber ich denke, die Leute sind eher dankbar, also zeigen ihre Dankbarkeit auch mal, indem sie eben Upgrade kaufen. Aber jetzt war, da glaube ich, da ist mal noch eine Frage. Ja, Beko. Ja, welche Erfahrung hast du mit dem Repository gemacht? Und die Frage zählt darauf an, dass im Repository viele auch diese kompatibel mit Versionen verschielen und dann sagen, das ist ja gar nicht für meine WordPress-Version geeignet. Wenn ein Planker-Auter das nicht wirklich mal ajour hält, das heißt auch bei jedem kleinen Zwischen-Update, da die Winkel-Datei da anpasst, dann habe ich die Erfahrung, dass kein Mensch, dass es works, muss mal heute noch anklicken. Und das Witzigste für mich war, dass jemand hier in der 5-Sterne eine Planker gegeben hat, weil es seiner Meinung nach ja überhaupt nicht funktioniert hat. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil man erwartet, dass wir auch wieder anders kommen. Ja. Welche Erfahrungen hast du gerade gemacht mit dem offiziellen Repository mit diesem Drei-Punkt, weil es für niemanden aus der Planker wird? Also die Frage ist meine Erfahrung mit WordPress.org. Also mit der Plug-In-Version, das kann ich, also habe ich noch nicht gemerkt, dass jemand sagt, Mensch, da steht jetzt 4.5, aber wir haben doch schon 4.51. Seit gestern, glaube ich, oder? Habe ich noch nicht gemerkt. Advanced Ads, selbst wird relativ häufig aktualisiert, also kleine Features oder Bug-Reports. Ich warte nicht immer, bis irgendwie ganz viel ist, sondern auch, falls doch irgendwas nicht funktioniert, dann lieber mehrere kleine Aktualisierungen und dann dadurch aktualisiert sich der Rest eben auch mit. Reviews auf WordPress.org sind, glaube ich, ein Thema, da kann man auch nochmal sich sehr kontrovers unterhalten und nicht, dass ich mir dachte, dass die Frage aufkommt. Aber, ja, sowas kriege ich, habe ich dann auch schon bekommen. das Problem, ich finde es gut, dass Reviews existieren auf WordPress.org, sie geben eine Orientierung, aber wenn du als Plug-In-Entwickler sowas bekommst und bekommst auch auf deine, ich denke, sehr freundliche Rückfrage, keine Antwort, hast du Glück gehabt, dass du fünf Sterne bekommen hast. Ja, aber, also, das sind so Sachen, die lassen mich, also, die will ich eigentlich abends nicht mehr lesen, weil dann kann ich nicht einschlafen. Oder hast du, du kannst ja nichts ändern. Nee, du kannst nichts ändern. Du kannst, ich hatte auch schon mal ein wirklich beleidigendes Kommentar in dem Review, da habe ich einen Mod, einen Moderator aufgesetzt. Du kannst ja so einen Mod-Tag setzen und dann gucken die sich das an und dann haben die zumindest den Teil entfernt. Das muss ich mir nicht geben, ja, wenn dann steht und so. Ja, aber die Bewertung steht erst mal da. Ja. Klicken die Leute bei deinem Handling dieses Works for me an? Nee, nee. Macht sein. Also, achso, ob die Leute das Works for me, die Funktion anklicken. Ich hatte ja schon gesagt, ich aktualise relativ häufig, das heißt eigentlich, das ist ja immer nur für die aktuelle Version, ich klicke das selber an, aber ich glaube, das hat noch nie jemand anders gemacht. Also, das halte ich für ein Feature, was man, glaube ich, also, was niemand vermissen würde, wenn das weg wäre, auf Word for Sorg. Also, da, ich gucke eher und ich denke viele andere auch, wann es zuletzt aktualisiert wurde. Weil wenn es zuletzt vor zwei Jahren aktualisiert wurde, das gibt ja auch so einen Hinweis, sage ich mal. Ja, Okay, weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich habe noch einen. Great Plugin, alles super. und dann geht es in dem Fall, ich habe jetzt, das war relativ lang, der wünschte sich zwei weitere Platzierungen. Die eine gab es davon aber schon, in der Premium-Erweiterung und die andere, naja, das ist eigentlich ein Feature-Request. Das ist so etwas, wo ich auch emotional mit zu tun habe oder wo ich es kompliziert finde, vielleicht eher ein Hinweis auch an Nutzer, versucht nicht über schlechte Reviews ein Feature zu erzwingen oder zu erzwingen, dass euch jemand antwortet. Das finde ich ist ein schlechter Stil. Ihr könnt es, also probiert es bitte erstmal in dem Support-Forum, wenn euch da nicht geantwortet wird, dann überlegt, ob ihr eben Review schreibt, ist toll, aber könnte besser supportet werden. Aber wenn der Erstkontakt über einen nicht perfekten Review erfolgt, das ist irgendwie, finde ich persönlich nicht fair. Ja, bitte. Was war eigentlich vor dem Zeichen und Labels, der jetzt ein Support auslösen kann oder auch nicht? Machst du das fest, sind die verschiedenen Nahrungen und überlegst du, geht es für die dein Fresse oder nicht? Nee. Erstmal überlege ich mir, bei jeder Option muss sie da sein. Es gibt Optionen, wenn ich darüber nachdenke, die können auch im Hintergrund funktionieren. Ich habe zum Beispiel einen in einem Tracking-Plugin eben auch mit Caching, das ist eine Herausforderung, das haben wir aber gelöst, aber da gab es eine Sache, wenn Memcache aktiviert ist auf dem Server, dann muss man eine Option klicken. Wenn es nicht funktioniert, das geht leider nicht automatisch, aber dann wird eben diese Option nur angezeigt, wenn Memcache überhaupt auf dem Server ist. Also alle anderen, die keinen Memcache haben, die diese Option auch nie anklicken müssten, die sehen es einfach nicht und so versuche ich das zu machen. Und dann heißt diese Option auch nicht, also im Untertitel steht schon Memcache irgendwie, aber die Option heißt nichts Kryptisches, sondern sie heißt einfach, wenn die Statistik nicht funktioniert, klicke hier. Also, ja, ja, also, ja, aber das meine ich nicht negativ, also, wer eben nicht Techniker ist, sondern Publisher, und dafür ist WordPress ja auch da, der soll, also, der soll es ja auch trotzdem nutzen können. Ja, also das ist, die Balance zu halten zwischen gut ausführlich erklären und aber irgendwie sinnvoll sein und, und, ja, ist schwierig. Aber Tests mache ich nicht, weil, ich wüsste nicht wie. Also ich kann es ja, ich kann es für eine Weile einstellen, ein Label, und dann gucke ich, was passiert, und dann, wenn es, ja, aber das mache ich eh. Also wenn ich merke, ein Label oder eine Funktion wird missverstanden über einen gewissen Zeitraum, dann mache ich mir Gedanken, wie ich das ändere. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich bin ja auch noch hier den ganzen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und genieße die anderen Vorträge. Vielen Dank. Vielen Dank.